Moin Moin mein Name ist Heinrich der Löwe und vor dem großen Escape from Tarkov Update morgen wollte ich noch mal eine Runde spielen auch zum testen der Aufnahme und ja hab gerade ja wie wir sehen laden wir gerade Customs und wollte noch mal eine kleine Runde spielen wie gesagt kann ja auch ein paar gute Sachen mitnehmen obwohl ich hier gerade sehe es ist nicht mein besterhelm gewesen glaube ich der hat hier glaube ich auch noch einen Schutz vor so ein Schutzvisier und ich bin eben Freund der ganzen AK Serie gerade die schwarzen AKs haben es mir auch sehr angetan darum habe ich da ein paar umfliegen und ich hoffe dass das Laden der Maps ein wenig schneller geht apropos Maps morgen gibt es ja auch da eine neue mir fällt bloß gerade der Name nicht an ich glaube Interface Interplay morgen werden wir sehen mal wenn es wenn es die Map existiert Windows macht nichts Falsches mein Freund okay wenn es eine neue Map gibt werden wir natürlich dann die neue Map exzessiv spielen weil ich denke mal die anderen Maps wurden schon häufig genug aufgenommen und gezeigt aber Customs ist immer gut ich liebe Customs mal gucken wo wir hier rauskommen mal gucken was wir reißen so habe ich Kopfhörer auf hört sich gefühlt so an als ob ich ich glaube da muss man mal eine Einstellung checken naja wo bist du ich glaube da muss ich mich nicht mehr so ein bisschen 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 mehr so Wo kam der Schuss her? Ah, ist weiter weg, okay. Alter, was da hakt denn da? Da geht es gut ab, da will ich hin. Da war oben einer. Ah, ich glaube der hat nicht auf mich geschossen. Ah, ich glaube oben in der Ecke. Da in der Ecke war nämlich einer, da hinten. Da in der Ecke. Dann hat er rumgecampt. Ja, scheiße. Ah. 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 Ah.